So, dann wollen wir mal weitermachen und diese Wanderer zur Strecke bringen. Aber dafür setze ich erstmal mein Elmo an erste Stelle. Aber ich spule die Trainerkämpfe natürlich wieder vor, weil die hier so underleveled sind. Und das finde ich nicht so toll, wenn ich euch dann damit langweilen würde. Ach, es sind gar keine Wanderer. Es sind Hunen-Mannies. Ein Geowatz. Oh, der hat mal Level 50. Trotzdem underleveled. Ist auch nochmal einer? Hm, Nashock. Ach, Hyperstrahlkorn. Und diesmal wechsle ich, weil Elmo muss sich jetzt eh wieder aufladen. Da kann ich nicht bei ihm bleiben. So, und hier gibt es eine Gemeinheit. Und zwar, da kann ich euch das mal zeigen. Diese Tür bewegt sich nicht. Sorgfältiger untersuchen. Bei näheren Beachtungen sieht man, dass mehrere Punkte auf der Tür sind. Ja, bringt uns auch nicht wirklich weiter. Aber Der Zerschneider habe ich ewig gebraucht, bis ich das vorher mal rausgefunden habe. So, und das ist jetzt auch wieder so ein Rätsel. Und ich stoppe kurz, suche mir die Lösung und dann zeige ich sie euch. So, weiter geht's. Ähm, das Rätsel ist wie folgt. Oben. Links. Rechts. Unten. Und da ist der andere Diamant, von dem Kalo gesprochen hat. Maru hat den Zaphir gefunden. Fuh, 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 ich habe richtig geraten. Ich tat gut daran, dir zu folgen. Ich wusste, dass es hier einen Zaphir gibt. Also, gehört er mir. Ich verkaufe ihm viel Geld an Team Rocket. Starr mich nicht so an. Wenn du ihn wiederhaben möchtest, warum versuchst du es nicht, nachdem ich ihn verkauft habe? Ich verrate dir auch eins der Passwörter für das Lager, von Team Rocket. Das Passwort, das ich kenne, lautet... Maguhita. A-T-H-U. Come. Vorbei. Nichts un... Von gut. Aha. Also, dieser... Ja, wie soll ich ihn nennen? Penner hat dieses, äh... Diesen Zaphir geklaut. Und hat ihn auf Einland 5 in dieses Rocket Lager gebracht. Und da würde ich sagen... Fliegt... Achso, das ist Einland 7. Dann fliegen wir, ähm, in das... Äh, zu... Einland 6 zurück. Und fahren nach Einland 5. Jetzt muss ich aber erstmal hier... Hält. Das interessiert mich nämlich jetzt schon. Aha, Einland 4 und Einland 5 sind auch eine extra, ähm, Karte. Ach man. Kaum wirkt der Schutz nicht mehr. Komm, wieder wilder Pokémon. Das ist doch... Hetzend. Ah, ein Visor könnt ihr hier also auch fangen. Das wollte ich euch nicht verheimlichen. Oh. Das war keine Absicht. Entschuldigung, Visor. Ich wollte eigentlich flüchten. Ach. Ich hasse wilder Pokémon. Oh. Ich komme immer wieder auf die Sputaste. So. Mago gab's... Mago gab's... Gab zwei Passwörter ein. Aber, Cobra... Mago-Hita-A-T-Kum... Was? A-T-Y-K-U-A-M. Klar. Die Türe zum Lager ist offen. Ach nee, das ist so eine Scheiße. Ach nee, das ist so eine Scheiße. Ich habe erst mal eine Riesen-Perle gefunden. Was ist denn hier? Ein Upgrade. Kann ich irgendwas damit anfangen? Ich weiß es nicht. Nun sehen deine Pokémon stark aus. Möchtest du sie verkaufen? Oh, du möchtest kämpfen! Wahrscheinlich ist die auch so underleveled. Tatsache. Also ich bin da echt schwer beleidigt von den Pokémon-Machern, was die Level-Kurve hier angeht. Mach-Holo, Level 48. Also ich verstehe es echt nicht. Was soll denn das? Das ist ja echt, echt irgendwie ein Niedrigen. Oh Mann, wie ging denn das hier? Oh, das war falsch. Ach, aber hier hätte man ein Item finden können. Hm, ich kann es euch jetzt nochmal zeigen. Oh, ich hasse dieses Wirf. Ah, ich bin falsch gelaufen. Der erste war's, ne? Ah, das war richtig. Das ist derselbe Scheiß. Ah! Ich flipp hier aus. Hm, 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 hm. Ich weiß absolut nicht, wie der Weg hier geht. Hm, ich posse hier mal. Ich hab's jetzt rausgefunden. Haha. Und zwar müsst ihr hier diesen Weg, müsst ihr rüberrutschen. Dann müsst ihr hier zurücklaufen. Macht ja keinen Fehler. Haha. Ah. Und dann kommt ihr nämlich hier rüber. Und findet ein Item. Matschbombe! Und dann müsst ihr einfach nur hier rüber. Die anderen haben mir bereits von dir erzählt. Aber es kann... Es kann nicht sein, dass ein Kind wie du unseren Boss Giovanni kennt. Hab ich nie behauptet. Also jetzt nochmal ein Hypno ein. Da wechsle ich zu Schmusi. Aber die Kämpfe werden trotzdem weiter gespult, weil sie einfach zu langweilig sind. Ich glaub, das kann ich nicht oft genug erwähnen. Hier ist nochmal eine Ische. Ich weiß nicht... Und es kümmert mich auch nicht, ob das, was ich tue, recht oder unrecht ist. Ich vertraue Giovanni und befolge seine Einweisungen. Ja, dann würde ich sagen, du bist eine Marionette. Hm. Arbok. Da wechsle ich. Psychokinese. Die Flora muss ich auch da bleiben. Und zwar mit Isi. Du handelst nach bestem Wissen und Gewissen. Jetzt verstehe ich es. Ich habe es so eingerichtet, dass du hier durch kannst, wenn du wiederkommst. Warum erholst du dich und erfrischt du dich nicht, um gewappnet zu sein? Der Vorstand nach mir ist ein viel gewissenhafter Trainer und ich bin besser als ich. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Weil ich bin Pokémon-Champ und ich bin besser als alle anderen. Hm. Ach, Hydro-Pumpe, die kann alles. Ach. Von wegen. Smog-Mog. Ja, ich wechsle. Oh, Hundemund. Da hätte ich vielleicht wechseln sollen. Ja, ich wechsle jetzt. Lieber mal. Oh, der hat Level 55. Endlich mal Pokémon das eben Pentomir das Wasser hätte erreichen können. Ja, er hat gesagt, er wird nie das Lager verlassen, weil der Wu und Bäh ist. Ach so, er konnte den Software gar nicht verkaufen. Arme Sau. Elektro-Wall sitzt da ein. Ich wechsle. Slam. Und Bäm. Magnetilo. Den möchte ich auch Slammen. Ach, jetzt komm. Bitte, treff doch mal wieder. Slam ging jetzt schon so ein drittes Mal daneben, dann war ich jetzt paradisiert. Oh, ich hab getroffen. Das nächste Magneton. Ja, diesmal wechsle ich. Und zwar zu Elmo. Hydro-Pumpe. Das müsste einfacher fiktiv sein, genau. Pyrigon, da bleib ich auch. Und zwar Surfer. Ja, also das ist alles hier ein Witz von den Trainern her. So, jetzt haben wir den Saphir bekommen und jetzt würde ich sagen, machen wir Schluss und beim nächsten Mal sehen wir uns bei Kalo wieder. Also, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.